dann meinen, diesen Rhythmus der Verantwortung, das ist halt eben genau durch diese Zielerreichung im Kleinen wie im Großen. Also du kannst immer dann das, ich nenne das Post, also dass du im Nachhinein dieses Ziel hast wie den Umsatz, das kannst du dann immer vergleichen mit dem, was du reingesteckt hast sozusagen am Arbeiten. Und ganz ein wichtiger Part, finden Sie, ist dieses Scoreboard irgendwie überzeugend, hübsch und auch entsprechend ansprechend zu gestalten, um einfach zu sehen, was du dort halt hast. Also einfach, wie stehen wir eigentlich? Rauszukommen aus diesem Strudel von, ah, schon wieder nicht unsere Ziele erreicht, na schade, naja, probieren wir es ein bisschen mehr nächstes Monat. Und dann ist schon wieder eine Woche vorbei und du hast schon wieder zu wenige angerufen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie man das gestalten könnte, wie man diesen Rahmen setzen könnte, die Umdrehung, dass du das Ziel sozusagen in kleinen Schritten erreichen kannst, die du auch gut messen kannst und für dich festhalten kannst und dadurch dann praktisch von alleine in das Ziel hinein taumelst. und dann nach wie man den fest mehr. Untertitelung des ZDF, 2020